hallo zusammen und auch ein herzliches willkommen von meiner seite hier bei den tux tagen ich freue mich sehr dieses jahr dabei zu sein und ich möchte euch ein thema vorstellen dass so auf den ersten blick gar nicht so viel mit open source zu tun hat ich möchte nämlich der frage nachgehen was denn freie software was open source mit kochen zu tun hat anhand eines ganz konkreten beispiels und vielleicht ein paar worte zu mir mein hintergrund ist überhaupt nicht im kochen ich bin seit ganz vielen jahren engagiert für freie software ich bin geschäftsführer der document foundation der stiftung in der libreoffice bin eines der gründungsmitglieder der technische hintergrund bei mir liegt im bereich infrastruktur ich habe viele marketing gearbeitet und der grund warum wir uns heute hier hören ist dass ich geholfen habe die münchner open source treffen aus der taufe zu heben und in deren rahmen ist die idee des open source kochens entstanden ich möchte euch jetzt zuerst mal diese veranstaltung vorstellen die wir vor vielen jahren ins leben gerufen haben dann erklären wie man denn aus so einer normalen user group eine kochveranstaltung machen kann die münchner open source treffen gibt es wie man sieht seit vielen jahren und damals war die situation in münchen so dass es ganz viele projektbezogene treffen gab es gab stammtische für jedes einzelne projekt aber es gab gefühlt nichts was alle projekte zusammenbringen sollte und das wollten ein kollege und ich ändern und haben dann 2009 die open source treffen ins leben gerufen der gedanke und das motto dahinter ist jeder vierte freitag im monat für freie software und wir waren am anfang so ein bisschen größenwahnsinnig und wollten das als deutschlandweite veranstaltung etablieren es gab ein oder zwei events außerhalb münchens aber das hat nicht funktioniert dafür haben wir uns eigentlich mittlerweile als feste größe in münchen etabliert und die idee ist eben eine veranstaltung ins leben zu rufen die projekte nutzer kommunities zusammen bringt ganz unabhängig von welchem projekt die leute kommen also kein spezifischer stammtisch für ein spezielles projekt sondern einfach eine möglichkeit für leute im bereich open source sich zu treffen also eine veranstaltung für viele projekte im prinzip eine typische lokale user group wenn man so möchte das hat sich entwickelt das hat sich etabliert und wir hatten ganz ganz viel glück als wir das ins leben gerufen haben denn zum einen ich komme ein bisschen südlich von münchen und da sind einfach deutlich weniger leute münchen als große stadt hat natürlich ein ganz anderes und viel größeres publikum leute pendeln zur arbeit oder damals pendelten sie dorthin das sieht ja heute alles ein bisschen anders aus das heißt wir hatten da schon einen treffpunkt für ganz ganz viele leute der vorteil ist früher mittlerweile hat sich die location geändert wir waren verkehrstechnisch sehr gut angebunden wir waren in fünf minuten laufweite zum hauptbahnhof wir hatten eine sehr gute anbindung im nahverkehr man konnte also wirklich ganz spontan und ganz problemlos hingehen wir haben das ganze ganz bewusst nicht am wochenende veranstaltet die leute eben ungestörtes ruhiges wochenende haben sondern freitags so von 18 bis 21 22 manchmal auch 23 uhr das heißt bequem nach der arbeit als auftakt ins wochenende wir haben aber nicht zeit von der familie geklaut oder zeit für andere aktivitäten sondern das so quasi vors wochenende noch dran geflanscht das war glaube ich eine ganz gute entscheidung damals eintritt war komplett frei es gab keine pflicht sich anzumelden wir hatten mit der örtlichkeit sage ich auch gleich noch zwei der worte dazu die gute gelegenheit da gab es also keinen verzehrzwang wie das manchen gaststätten der fall ist sondern es gab sehr sehr günstig eigentlich zum selbstkostenpreis getränke und speisen wir hatten alles was man so gebraucht hat viel platz ein beamer wlan all die dinge die wichtig waren und eben wenn wir gleich noch dazu kommen eine küche und das hat sich im lauf der jahre gut entwickelt wir haben das machen das immer noch im kaffee netzwerk das ist eine einrichtung des kreis jugend rings und diese einrichtung hat den schwerpunkt im bereich medienpädagogik hat also für unsere zwecke leuten die idee von freier software näher zu bringen wirklich gut gepasst und das kaffee netzwerk hat in den vergangenen jahren und auch weiterhin unterstützt viele weitere projekte es gab unter anderem workshops zum raspberry pi es gibt dort die münchner youtube treffen es weiß nicht ob es die noch gibt aber es gab zumindest wikipedia treffen auch die fsfe hat sich dort getroffen das heißt da war schon so ein gewisser schwerpunkt auf it open source dieser dieser ganze bereich wir waren da also in sehr guter gesellschaft und das hat uns sehr geholfen diese veranstaltungen erfolgreich ins leben zu rufen wir hatten nicht geplant lange vorträge zu halten es war ja freitagabend und die leute wollten ins wochenende und die aufnahme kapazität ist dann auch begrenzt sondern es waren ein bis zwei kurzverträge mit jeweils 20 minuten so dass also im schlimmsten fall in anführungszeichen 40 45 minuten vortragszeit eingeplant war der rest des abends war quasi zur feinen verfügung wir haben relativ schnell eine zielgruppe von 20 30 teilnehmern aufgebaut die da regelmäßig teilgenommen hat und hatten ganz viele wiederkehrende besucher und wie man unten an der liste sieht ich lese es jetzt nicht alles vor aber man sieht es ja auf der folie ein sehr breites themenspektrum also viele fachliche themen aber auch allgemeinere themen für verschiedenste zielgruppen so dass eigentlich für jeden mal was dabei war und das hat sich sehr gut entwickelt wie gesagt wir hatten regelmäßige besucher immer wiederkehrende besucher es gab so einen festen kern der sich dort dann einmal im monat getroffen hat und wir haben das ganze dann weiterentwickelt denn in ein zwei kurzverträgen kann ich wissen natürlich nur begrenzt weitergeben wir haben neben den monatlichen open source treffen in unregelmäßigen abständen die open source workshops ins leben gerufen das waren dann ergänzende workshops zu sehr konkreten themen die dann halber bis ganzer tag am wochenende samstag in der regel waren und der teilnehmerkreis dort waren mindestens zehn maximal 25 teilnehmer glaube ich wir also ein gewisses eine gewisse anbinder basis hatten die teilnehmen wollte damit sich der workshop auch lohnt aber nicht zu groß damit wir auch wirklich in gruppen arbeiten können auch die workshops waren kostenfrei es gab material und es gab zum teil wirklich gute handouts wir haben aber in dem fall natürlich um anmeldungen gebeten um planen zu können lohnt sich denn dieser workshop und das hat sich auch sehr sehr gut etabliert hat wirklich gut funktioniert und dann sind wir irgendwann auf die idee gekommen wir könnten doch noch eine andere veranstaltung machen und sind auf die idee des open source kochens gekommen zunächst der name hatten open source treffen wir hatten open source workshops lag also auf der hand wir nennen das ding einfach open source kochen und muss zugeben haben uns dann im nachhinein erst gedanken gemacht was denn diese veranstaltung die wir da jetzt ins leben gerufen haben eigentlich mit open source gemeinsam hat und da kam raus wahnsinnig viel das möchte ich euch im folgenden ein bisschen erklären zunächst mal wie ist das entstanden es war vermutlich ein etwas längerer abend es gab irgendwie ein zwei bier und wir saßen da so zusammen und guckten in die runde 20 30 leute die da saßen und die veranstaltung oder der veranstaltungs ort hatten eben eine küche weil die tagsüber auch die jugendlichen dort verköstigt haben und und so aus einer gierlaune raus haben wir gesagt mensch ihr habt eine küche wir könnten doch da mal für die leute hier oder mit den leuten hier kochen und dann sagten die ja klar mach doch dann hatten wir ein problem weil dann mussten wir irgendwas so was machen gesagt getan wir hatten die erste veranstaltung dann eigentlich relativ kurz nach dem ersten open source treffen das war ja im juli 2009 die erste koch veranstaltung war im april 2010 das war durchaus noch ein bisschen chaotisch aber seitdem gab es insgesamt 15 veranstaltungen auch hier freitagabend meistens dann noch eher bis in die frühen morgenstunden bis samstag und auch hier mit 20 bis 30 teilnehmern auch da viele wiederkehrende teilnehmer das mal so ein bisschen hoch geplant wir hätten maximal in den damaligen räumlichkeiten maximal 40 teilnehmer unterbringen können und letzten endes so ganz dumm war dann die idee ja gar nicht denn wir hatten eine gruppe von leuten die haben ein gemeinsames interesse gehabt ein gemeinsames hobby nämlich open source freie software it technologie und warum sollte man sich nicht in dem kreis den man kennt mit dem man dann auch gut befreundet war auch mal abseits der technik treffen es hat sich bewährt denn zu den koch veranstaltungen haben dann die leute die im bereich gearbeitet haben oder die regelmäßig die open source events besucht haben ihre ganze familie mitgebracht da waren kleine kinder dabei da waren die ehepartner lebenspartner dabei und das war ein schönes zeichen dass man auch abseits dieses technischen themas gut ausgekommen ist und mein paradebeispiel ist gibt ja auch schachclubs die fahren da mal gemeinsam ski also was völlig anderes warum sollen wir als eine gruppe die sich für freie software interessiert nicht auch mal irgendwas anderes machen zum beispiel eben gemeinsam kochen und ich habe schon gesagt die im nachhinein haben wir uns dann überlegt was hat denn das so mit diesem open source prinzip zu tun das ist eine ganze menge zum einen in jedem open source projekt kann ich nur erfolgreich sein wenn die leute die dort tätig sind gemeinsam und aus spaß an der sache arbeiten und so ist es bei uns auch keiner hat bock an einem freitagabend da 30 leute zu verköstigen das muss schon irgendwo spaß machen das war also die erste voraussetzung dann natürlich haben wir uns als eine gemeinschaft verstanden wie man das neudeutsch so schön nennt eine community nämlich die gruppe die hier gerade gemeinsam kochen möchte was wir auch in vielen open source projekten haben ist dass ich gerade am anfang wenn das noch am wachsen ist natürlich gewisse ja eine gewisse neugier brauche ich brauche so ein bisschen verrücktheit vielleicht eine gewisse experimentierfreude also gewisser wahnsinn gehört dazu um das überhaupt ins leben zu rufen und so war es bei uns letzten endes auch denn wir mussten ja auch irgendwie diese ganze idee vorantreiben und das auf den weg bringen und natürlich gehört das ein gewisser wahnsinn dazu für 30 leute zu kochen vor allem dann wenn man es eigentlich gar nicht gut kann kommen wir gleich noch dazu und natürlich haben wir wahnsinnig viele fehler gemacht am anfang das wichtige ist wie in jedem open source projekte man muss daraus lernen das wissen dann weitergeben damit man selber und auch die anderen diese fehler nicht wiederholen das war das ganz wichtige und haben wir auch gemacht es geht los beim einkaufen für die veranstaltung was muss ich denn einkaufen wie plane ich das denn was brauche ich für die dekoration und 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 immer ganz viele fehler gemacht und haben uns immer wieder verbessert und haben dieses wissen auch weitergegeben dann ist es bei weitem nicht so dass bei uns jeder kochen kann oder jeder irgendwie für 30 leute das planen kann jeder hat so ein eigenes talent hat so sein ja spezifisches set an skills an erfahrungen und das ist im open source projekt auch so es gibt entwickler es gibt designer es gibt leute die machen dokumentation es gibt übersetzer infrastruktur und 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 jeder muss eigentlich dort arbeiten wo er sich am wohlsten fühlen das machen was am besten kann und so ist es bei uns auch der eine kann das super durchplanen der andere steht besser am herd und eben zu finden wer kann denn was ganz gut und wo sind so die die skills der leute das war eine der herausforderungen die wir gemein mit vielen anderen open source projekten haben dann ist es so wir wollen ja nicht immer die gleiche leute da haben die dann alles verköstigen wir wollen ja beitragen haben leute die wirklich mitmachen und dazu müssen wir natürlich für diese idee auch andere motivieren sich einzubringen das ist in jedem open source projekt so ein einzelner kann schon was reißen aber ich brauche ganz ganz viele leute die beitragen und das geht nur dann wenn ich andere motiviere sich da auch einzubringen dann natürlich kann sich jeder vorstellen für 30 leute kochen da brauche ich schon koordination die ist immer irgendwie chaotisch das ist so auch in ganz vielen open source projekten irgendwie funktioniert es dann immer aber eine gewisse koordination brauche ich einfach und last but not least das ergebnis das dabei rauskommt das ist für alle da natürlich essen ist irgendwann weg source code den ich verteile ist nicht weg da ist schon unterschied aber der gedanke dass wir möglichst viele leute an dieser sache die wir da machen teilhaben lassen wollen der eint uns mit ganz vielen open source projekten insofern gibt es schon auf den ersten blick eigentlich ganz viele gemeinsamkeiten zwischen einem open source projekt und unserer vielleicht ein bisschen verrückten idee des open source kochens wie haben wir das gemacht für die veranstaltung hier gab es am anfang einen call for papers reicht sein vortrag einer macht einen vorschlag man sagt wie viel zeit man braucht über was man sprechen möchte wir haben analog einen call for recipes gestartet das heißt wir haben die leute gebeten sagt doch mal was ihr kochen möchte und am besten schickt uns ein rezept dazu und am besten wenn ihr helfen könnt sagt uns bescheid wir haben das über mailing listen social media und diverse kanäle gemacht uns war aber wichtig da jetzt nicht irgendwie nur eine pizza in die mickelwelle zu schieben sondern wirklich was gutes zu kochen und da kamen ganz ganz interessante sachen bei raus ihr seht sie auf den folien wir hatten japanisches essen mexikanisches essen ungarisch indisch und vieles mehr und das häufig auch mit der unterstützung von leuten die aus diesen ländern stammen die also die küche kennen wirklich locals einheimische die uns da helfen konnten uns erzählen konnten wie man das richtig macht oder was man dort ist dann genauso wie in einem open source projekt war uns wichtig dass jeder mitmachen kann dass es also ganz niedrige einstiegshürden gibt beim essen ist es so es gibt leute die mögen bestimmte dinge nicht die vertragen bestimmte dinge nicht und all das wollten wir auch berücksichtigen also veganer vegetarier allergiker oder auch einfach leute die bestimmte dinge nicht mögen und das kann man entweder dadurch tun dass man ein gericht findet das für alle passt oder ich habe eben mehrere optionen und das war uns auch ganz ganz wichtig dass wir da nicht nur irgendwie schweine braten mit viel soße machen sondern eben auch vernünftige sachen anbieten für leute die das vielleicht nicht mögen oder nicht essen können und ganz lustig natürlich wir haben häufig zu hause betatest gemacht um mal in kleiner runde zu gucken funktioniert denn das was wir uns da ausgedacht haben das war eine sehr lustige veranstaltung der zweite schritt jetzt müssen wir irgendwie aus der idee was machen also wir software terminus wir kompilieren uns dann da mal was zuerst gibt es bild requirements die wir erfüllen müssen sprich wir brauchen die zutaten um überhaupt das essen kochen zu können und das ist für den familieneinkauf vielleicht noch relativ einfach machbar aber wenn ich für 30 40 leute einkauf und auch gerichte habe die ich so gar nicht kenne die ich vielleicht auch gar nicht gemacht habe dann dauert das ein bisschen länger wir sind in einen typischen großmarkt gegangen und auch da ist man mit dem warenangebot häufig überfordert das hat also mal eben drei stunden gedauert mussten auch ganz schmerzlich lernen war so der gedanke wir gehen da mal eben eine stunde einkaufen nachher waren es halt drei trotz großer gruppe und eigentlich einer ganz guten planung aber das passiert dann hatten wir so eine so eine art projektmanagement möchte ich es mal nennen denn wenn ich mich bei drei leuten verschätze ist das nicht ganz so schlimm bei 30 habe ich nach oben oder nach unten echt viel luft kann also viel schief gehen das heißt wir haben im vorfeld relativ einfach mit einer tabellen kalkulation an der suchmaschine ausgerechnet was für mengen brauchen wir denn also wie viele kilo tomaten weil da rede ich dann nicht mehr über gramm sondern über kilogramm und was kostet das alles denn der gedanke war keiner will hier irgendwie geld verdienen wir legen die kosten fair auf alle um und sind dann letzten endes zwischen 5 und 15 euro pro person ausgekommen inklusive getränke mit drei gängen mit einem drum und dran und das ist natürlich deutlich günstiger als in einem guten restaurant der nächste schritt ist ja ich würde es release engineering wir müssen dann aus dem was wir eingekauft haben ja auch wirklich was machen und ich brauche zum einen leute die setzen sich sprichwörtlich den kochhut für jeden gang auf die müssen nicht alles selber machen was muss einen geben der macht die ansage wie mache ich die vorspeise es muss eingeben der macht die ansage wie mache ich das hauptgericht und so weiter und dann kochen wir zusammen und auch da haben wir viele herausforderungen festgestellt die wir in jedem open source projekt auch haben zum einen ich brauche multiplikatoren es gibt eben nur einige wenige die gut kochen können der großteil der leute die dabei waren der kann es gar nicht oder kann sich bestenfalls selbst verköstigen kann aber keinesfalls für 30 leute kochen also muss es leute geben die wissen weitergeben die leute an die hand nehmen und die dafür sorgen dass auch wirklich was leckeres auf dem teller landet dann sind wir in so eine art infrastruktur skalierungsprobleme reingelaufen denn der herd wir sind es nachher noch der hat halt vier platten nicht da jetzt sechs töpfe draufstellen möchte wird das wahnsinnig schwer also auch da muss ich irgendwie kreative lösungen finden und dazu gehört ich muss parallel arbeiten wir haben man sieht ja so ein paar beispiele 18 kilo tomaten für eine tomatensuppe 100 eier wein immer im sixpack und so weiter das muss ich parallel bearbeiten ich kann nicht nacheinander das machen ich muss da ein system finden damit dann auch irgendwann mal ein essen herauskommt zeitbasiertes release modell bei uns war dann doch eher schwierig weil bestenfalls gab es den hauptgang irgendwie um halb zehn wir hatten es auch mal nachts um halb zwei passiert muss man mit rechnen ist so aber war trotzdem lustig und eins eint uns glaube ich auch mit ganz vielen open source projekten die dokumentation war zum teil schon verbesserungswürdig denn wir müssten immer noch mal so ein paar rezepte online stellen das hinkt also hinterher und ich glaube das ist nur fair zu sagen dass das manchem open source projekt auch so geht also haben wir da sehr ähnliche erfahrungen gemacht ja danach dann wird schwierig denn die leute haben gegessen haben getrunken waren müde und dann ging es aber ans abspülen da muss die küche gereinigt werden die maschinen und 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 das war dann schon deutlich schwieriger auf einmal mussten alle ganz dringend nach haus weil der letzte zug fährt also da mussten wir so ein bisschen kreativ sein um dann auch noch aufräumen zu können und was wir festgestellt haben egal wie wir planen man kauft immer so ein bisschen zu viel ein das auge ist dann doch größer als der mund und wir hatten dann überlegt was machen wir jetzt mit dem übrig gebliebenen essen wegwerfen ist eigentlich viel zu schade den leuten mitgeben die ohnehin gerade schon sich den bauch vollgeschlagen haben kann ich machen aber wir sind auf die idee gekommen dass einer karitativen einrichtung zu spinnen die haben sich wahnsinnig gefreut und wir sind dann dazu übergegangen ganz bewusst mehr zu kaufen das macht dann letztendlich so ein euro pro person mehr und wir hatten dadurch die möglichkeit garantiert nach jedem kochen einer karitativen einrichtung essen zu geben dass sie dann wirklich bedürftigen mitgeben konnten das war für uns ganz wichtig weil wir hatten tollen abend wir haben es uns gut gehen lassen und konnten mit ganz ganz wenig aufwand leuten denen es eben gerade nicht so gut geht auch eine schöne zeit bescheren das ist super gut angekommen und war in der planung kein großer mehr aufwand ein oder mehr aber wir konnten immer wirklich was gutes tun wir haben natürlich noch so eine art feature liste mit weiteren vielleicht ein bisschen verrückten ideen wir wollten das ganze auch mal außerhalb von münchen machen sobald es aus deutschland rausgeht wird es deutlich schwieriger da gibt es dann tausend regeln das gibt es hier auch schon aber es wird nicht einfacher im ausland wir hatten anfragen in der tat von fernsehsendern die dann so nach leuten die kochen gesucht haben auch ganz lustig schon mal überlegt ob wir die idee da weiter verbreiten sollen dann gibt es einen riesigen kürbis in dem kann man glaube ich wohnen in diesen großmärkten der kostet 700 euro wir hatten uns ernsthaft überlegt ob wir eine möglichkeit haben den sinnvoll zu verarbeiten haben aber noch nichts gefunden und ein bisschen ernster an das angeknüpft mit der karaktertiven einrichtung die überlegen ob wir nicht mal eine möglichkeit finden einen euro oder 50 cent für jeden euro umsatz den wir bei dem händler machen als spende für bedürftige zu bekommen das ist noch so eine überlegung ob die händler da mitmachen gewissen teil dessen was wir dort einkaufen als spende an eine gemeinnützige einrichtung zu geben das ist noch etwas an dem wir arbeiten wollen einen punkt möchte ich nicht verschweigen denn die letzte veranstaltung das hat mit der pandemie nur bedingt zu tun war leider vor einigen jahren das hat also lange sehr gut geklappt aber dann nicht mehr und auch das ist etwas was ja viele open source projekte erleben dass ich so eine art long term maintenance nachhaltigkeit in der ganzen geschichte braucht und woran liegt es nicht daran dass die leute irgendwie keinen bock mehr haben sondern viele der damals involvierten die sind einfach nicht mehr da die haben keine zeit mehr das sind geänderte lebensumstände leute haben einen job gründen eine familie ziehen um haben andere hobbys und dann leidet das halt und wenn man es nicht schafft rechtzeitig nachwuchs zu bekommen leute zu finden die wieder sprichwörtlich den kochhut aufhaben dann wird es halt schwierig und insofern muss eigentlich jedes open source projekt und auch so unsere kleine verrückte idee mit dem kochen nachhaltig angelegt werden und das was man gemeinhin als busfaktor bezeichnet vermieden werden das sollte also immer viele leute geben die etwas tun können viele leute die eine aufgabe übernehmen können das wissen muss weitergegeben werden und auch das eint uns letzten endes wieder mit ganz ganz vielen open source projekten möchte ich von der grauen theorie noch ein bisschen in die praxis kommen und ein paar fotos zeigen und passend zur uhrzeit kurz vorm abendbrot hoffe ich dass mir keiner böse ist wenn ich euch noch ein bisschen hungrig mache das sind also live und ungefilter wie man so schon sagt fotos aus den kochveranstaltungen die wir gemacht haben und ich werde jeweils noch ein paar worte dazu sagen das ist der würde sagen source code für die beilage oder den salat als vorspeise man sieht schon tomaten und war glaube ich nicht nur diese kiste waren ein paar mehr salat in ganz ganz großen behältern und insgesamt doch eher größere portionen und üppigere gebinde man kauft dann doch eher in größeren formaten und das haben wir natürlich mal für den hauptgang und für die nachspeise gehabt also da hat sich echt viel angesammelt zum kofferraum war sehr sehr schnell voll das ist der berühmte ofen mit den vier platten wir hätten eigentlich sechs oder acht gebraucht ist also ein ganz normaler küchenofen nichts spezielles und ihr seht hier das was ich eingangs gesagt habe mit den verschiedenen gerichten wenn ich mich recht erinnere ist das eine suppe gewesen einmal vegetarisch einmal mit fleisch und ich weiß nicht ob einmal vegan oder einmal schwein und einmal rind aber dass wir eben versuchen die gerichte so anzupassen dass jeder was davon hat dann auch lustige geschichte es war nachts um eins halb zwei wir haben festgestellt wir haben alles bis auf das indische fladenbrot dann standen wir dabei nachts um eins halb zwei kriege ich natürlich irgendwas zu kaufen und dann stellt sich raus dass ein kollege der vor ort war der im hauptberuf als sys admin arbeitet früher mal in der bäckerei gearbeitet hat und sagte du gar kein thema gib mir ein paar minuten und der hat uns dann dieses leckere fladenbrot gezaubert das war wirklich genauso lecker wie es hier auf dem foto aussieht das war auch ein ganz ganz tolles erlebnis er hat irgendwie nur die hälfte der werkzeuge gehabt aber macht nichts hat er hinbekommen war eine tolle improvisation irgendwann mitten in der nacht mitten in münchen auch das ganz viel handarbeit das sind teigfladen gefüllt mit fleisch und ich vermute es gab eine zweite variante mit gemüse oder spinat spinat und fleisch glaube ich war sehr lecker und diese formen haben wir also dutzendfach gefüllt um alle zu verköstigen war ganz ganz viel handarbeit auch eine ganz lustige geschichte und natürlich gab es dann auch zum abschluss eine süße nachspeise sieht man auch ein paar bilder was wir da so gemacht haben also ihr merkt schon es war nicht immer nur so essen von der stange pizza in die mikrowelle sondern durchaus auch dinge die man sich vielleicht allein und daheim nicht kochen würde ja und jetzt hoffe ich habe euch so ein bisschen hunger gemacht denn der plan ist in der tat dass wir nach der pandemie hoffentlich solche veranstaltungen wieder durchführen können und wer lust hat noch ein bisschen mehr zu lesen bei mir im blog gibt es ein artikel zu dem thema gibt es noch mehr fotos dazu gibt auch einen link auf einen zeitschriften artikel dazu und ja wir möchten da gerne wieder mehr machen in der zukunft wenn es denn die zeit und auch die situation draußen ermöglicht hat sehr viel spaß gemacht und ich bedanke mich für die aufmerksamkeit und soweit ich weiß gibt es jetzt auch noch die möglichkeit für eine fragerunde einen einen chat hier in jitzi bei dem wir uns unterhalten können bei dem ich auch gerne noch ein paar fragen beantworte und ansonsten auch gerne einfach eine mail schicken ich freue mich auf rückmeldungen und bedanke mich ganz herzlich für eure aufmerksamkeit beantworte und beantworte und beantworte und